Du, ich glaub, der Trinkerob ist in deinem Kaffeebich an. Nein, Trink! Die war mit Fliege. Spott. Sie war noch so jung. Sie hatte noch so viel vor in ihrem Leben. Warum? Alles verloren. Immer die guten, Sojas. Warum immer die guten? Okay, da hieß die Sendung los. Keine Ahnung. Wo geht die Sendung los? Äh, jetzt. Willkommen, meine Damen und Herren, zum JLT TV-Shop. Dankeschön. 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 Amen. Danke, dass ich heute wieder mit dabei bin. Heute stelle ich Ihnen ein Produkt vor, das Sie nur einmal auf der ganzen Erde finden werden. Einmal! Ja, etwas Einmaliges. Es ist der heutige Tag. Der 16.11.2011. Ich darf Ihnen dieses Produkt mal näher vorstellen. Was Beste an diesem Tag ist, Sie können etwas anderes machen. Sie können Wunder vollbringen. Sie können ihn individuell gestalten. Sie können Couch-Potato spielen. Sie können sich sportlich betätigen. Sie können die Welt verändern. Was ist das Wundervoll an diesem Tag? Und das Ganze nur gegen einen kleinen Preis. Die minimale Summe von 3.232 Euro. Das wird Sie dann einfach umwerfen, nicht? Und wenn Sie jetzt noch anrufen, in den nächsten 3.20 Sekunden, bekommen Sie diese Uhrzeit gerade nicht mit dazu. Diese Uhrzeit. Kennen Sie das Problem nicht. Sie schauen auf die Uhr. Und Ihnen lasst die Zeit davon. 2 Uhr und 2 Sekunden. 2 Uhr und 4 Sekunden. 2 Uhr und 5 Sekunden. 2 Uhr und 8 Sekunden. 2 Uhr und 10 Sekunden. Dieses Problem werden Sie nie wieder haben. Mit dieser Uhrzeit. Und diesen Tag. Und wenn Sie heute noch bestellen. Momentan für den kleinen Aufpreis von 4.500 Euro. Bekommen Sie ein Haar von unserem Kameramann mit Autogramm auf dem Haar. Gratis dazu. Gratis, meine Damen und Herren. Ich zeige es Ihnen jetzt einmal. Dieses wundervolle Haar. Wundervoll, wundervoll. Dieses Haar. Auch kann ich Ihnen anrufen. Sollte man dieses Haar kämen wollen. Denn JL, TV, Tele, TV, Haar, Bürsten, Bart, Bürste. Letztlich keine Rehergebnisse. Das ist JL Qualität. Das ist JL Qualität. Seitdem Sie sich entschlossen haben. Alle diese Dinge nun im Paket kaufen zu wollen. Schulden Sie uns Ihr gesamtes Vermögen, Ihre Immobilien und auch mit Ihrer Staatsbürgerschaft. Dankeschön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Und da die Sendung leider heute nicht für alle verständlich war, da es ja so viele Taube unter Euch gibt. Von Musik hören, ja. Und vom Teleshop schauen auf Zulat und Lautstärke von der JL TV, Tele, TV, Stereoanlage mit der TdK2, so kehrt du Arsch, die wir ja alle schon kennen, gibt es jetzt JL exklusiv in Gebirgssprache. Also verabschiede ich mich heute. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie alle mit dabei waren. Sie. Und wir. Wir sind jetzt. Und Sie. Vor allem die Topfpflanze. Da möchte ich danken, dass sie mich total kräftig unterstützt hat in meinen Handeln und in Ihrem ganzen grünen Grüße mich bei diesem Dreh nicht lieb. Danke schön. Dann verabschiede ich mich. Danke, alle, die da waren. Danke, alle, die nicht da waren, dass auch seine Gründe hat. Wir sehen uns. Danke, alle, die da waren. alle, die da waren. Danke. Vielen Dank.